Hallo Freunde und Fans, eine lange Saison ist jetzt wieder vorbei. Da wollte ich mal ein kleines Video jetzt machen noch. Es war eine Saison mit vielen Höhepunkten und vielen Sachen, die nicht ganz so liefen leider. Die Teilnahme an der WM in Falun war sicherlich ein Höhepunkt für mich. Dass es dann im Endeffekt nicht ganz für den Startplatz gereicht hat, ist eben schade, aber das gibt mir jetzt dann auf jeden Fall noch Motivation eben für den nächsten Sommer wieder und da noch härter zu trainieren, dass es dann eben in zwei Jahren in Lati auf jeden Fall reicht. Ich wollte mich einfach noch bei meinen Sponsoren bedanken. Das ist einmal Fissmann, Ensinger, Ultrasports und die Volksbank Bayerns von Murktal. Außerdem wollte ich mich noch bei meiner Familie bedanken, bei dem ganzen Team, das im Umfeld mit dabei war, bei meiner Freundin und bei meiner Agentur 24 Passion. Euch wünsche ich jetzt einfach einen schönen Frühling, einen schönen Sommerbeginn, das Wetter warm wird, die Sonne rauskommt und ich melde mich dann bald wieder. Bis bald! Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020